So, meine Damen und Herren. Nein, Spaß. Wisst ihr, was Beatbox ist? Ja? Okay. Moment. Kennt ihr das? Okay, aber ich müsste aber klatschen, okay? Sollt ihr alle dabei? Okay. Okay, ich kann auch singen. Soll ich singen? Okay. Ja, ja, ich muss überlegen, welchen Song. Moment bitte, ja? Okay, kennt ihr? Okay. Punkt, save in I do, dieser Weg. Kennt ihr? Moment. Moment. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Also ging ich diese Straße lang und die Straße ging so weit. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und dieser Weg wird steinig und schwer. Ah, ah, this one for the boy with the boom system. Tap down AC with the cool system. When they come in the club and they blazing up. Ah, ah, ich kann den Text jetzt weiter. Nochmal Beatboxen? Okay. Komm, komm, rippen. Komm, komm. Wir haben hier einen Rapper. Wollt ihr, dass er rappt? Komm, komm. Ja, ja, komm. Moment. So. Okay. Gleichmäßigen Lied. Ja, du musst anfangen. Ich schreibe diesen Text, um meine gute Note zu bekommen. Dafür tue ich wirklich ja... Moment. Haben wir das ein bisschen leiser machen? Das Mikro ist ein bisschen laut. Lieder Weg, wir können leichter sein, wir können nicht hoch. Ich schreibe leiser, das ist ein bisschen laut. Zwei, drei, vier. Drei, drei, vier, eins, zwei, eins, sieben, acht. Ich schreibe. Neun, neun, vier. Eins, zwei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, zehn. Klein. Zwölf, klein, groß. Zwerg. Ich schreibe diesen Text, um meine gute Note zu bekommen. Dafür tue ich wirklich alles. Ich beklaue sogar Nonnen. Ich soll darüber rappen, was mich bewegt. Ich nehme das am besten, was in der Zeitung steht. Erstens. Du kannst nicht rappen. I'm sorry, das kam schon selber so. Das ist doch von dem Herzen so. Du musst mit Gefühl rappen, weißt du? Das muss auch von Herzen kommen. Ich bin ehrlich, weißt du, du musst den Bier treffen, weißt du? Okay. Heute ist der Tag der Nation. Das Geht zückt zum 1. September. Frieden an diesem Tag, den 6. Oktober. Okay, ich komme rein. Ich komme rein, ich komme rein. Ich muss kurz so, weißt du, dein Beat so ein bisschen mitnehmen, weißt du? Ja. Okay. Hallo. Hallo. Nein, nein, nein. Gib mir eine Minute, eine Minute. Ja, wassup? Allow me reintroduce myself. It's a self, it's not being myself, self around and who I am. Blinz, blinz, got my own deal. It's like Jerry John, roll it, roll it, roll it. Down in the homie. Jackie the Queen, ich habe frage question. For now I can take a deep breath in and now relaxing. Remedy in real life, less is babies. Season and seasons coming from movie scenes. Guess what I know, it's so hard to know it. Cause so new to got it. Baptize, slow vicious. Deep down in the edges. Money, money, hero, hero. Dallas, Dallas, caratis, caratis. Priestess got to service. So langsam, langsam. So langsam, damit ich in die Wied reinkomme. Yeah. I need you more from now to the end now. When you're lonely, give me your calls, baby. Sitting on a Jeep's Royce, moving around, convoy. Climbing and climbing, I want you to stop. Be a good girl, cause I'm a good boy. Come around, sit to my last, let me touch your nerves. Nein, so langsam, weißt du. So langsam, damit ich reinkomme, weißt du. Okay, fang an. Also, ich mach erst mal. Okay. Allow me reintroduce myself. It's the self. It's not being myself. Safe around and who I am. Blains, blains got my own. Do what it's like. Jerry John, roll this, roll, rollin. Niggas got down, rollin. Down in the home. You talk to the queen. I have a question. For now, take a deep breath in and relax. Rebellion, midlife, nesses babies. Season and seasons coming from movie scenes. Guess what? I know, it's so hard to know it. Cause so new to got it. But after life is slow, bitches. Kick down in the edges. Er passt nicht daran. Du bist zu schnell. Du musst ein bisschen langsamer. Okay. Nein, du sagst okay, aber du musst wirklich langsam. Okay. Okay. Yeah, what's up? Beautiful people, beautiful city. Ticks, all looking so pretty. They say when the woman are buried, the world is beautiful. Sit my neck is on my left, it's on my right. I'm so blessed. We can clear all area up. Get it close to us, close to it. Living with the bosses who want it or not. Yes, I know everything's okay on the right. But then I wanna be on it. Bada, 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 bada. Du bist zu schnell, Wallah. Yeah, this is rough. Yes, I know. Du bist ein bisschen zu schnell. Weißt du? Ja, aber das ist nicht Beat. Doch, das ist Beat. Aber du machst... Bitte, bitte, bitte. Du musst... Weißt du? Wirklich, du kannst rappen, aber du musst nur ein bisschen langsamer, damit ich reinkomme. Okay? Okay? Okay, okay. Yeah, what's up? What's up? I need you more from now to the end now. Now. Okay. Okay. I need you more from now to the end now. Okay. Right. Ja, Freestyle, okay. Ich gebe es Freestyle, du verstehst du? So, du musst du Pause. Wir bedanken uns herzlich. Dankeschön. Ja, herrlich. Ihr solltet vielleicht noch ein bisschen proben, dann seid ihr immer gerne herzlich eingeladen. Was wir hier machen, ist ein offenes Mikrofon. Wir müssen wieder das Mikrofon ergreifen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist. Jetzt bei den ganzen fremden Sprachen weiß ich gar nicht ganz genau, ob das dann auch wirklich jugendfreundlich und gewaltfrei ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen persischen Rap-Date. Kommt. Kommst du? Ja, komm her. Ja, los, ran! Wir müssen hier nahtlose Übergänge hinbekommen. Wir machen gleich musikalisch weiter und danach machen wir dir wieder das Mikrofon auf und dann darf jeder hier sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist. Und genau, wenn jemand weiß, was das heißt, dann kann er ja vielleicht auch noch mal einen Beitrag dazu leisten und erklären, was das heißt. Ne, das tut mir leid, Helmut Schmidt haben wir jetzt gerade nicht im Programm. Aber du kannst gleich doch mal wiederkommen, wenn wir den persischen Rap fertig haben. Jugendfreundlich und gewaltfrei. Kinderfreundlich sind wir auch. Genau. Also auch die Kinder, ne? Obwohl die ja eigentlich dann auch schon mal langsam ins Bett gehen könnten, sollten, müssten, ne? Ja. 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 Ja.